Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Grundlagen der Funktionalanalyses. Heute geht es weiter mit Kapitel 6. Bevor wir damit anfangen, wollte ich noch kurz ein, zwei Worte sagen, warum jetzt im Moment gerade so wenig kam. Das liegt schlichtweg daran, dass ich momentan für das Semester vorproduziere und das meiste an Arbeit an so einem Video natürlich ins Skript geht, weil ich muss ja erstmal verstehen, was da steht. Und das mache ich gerade erstmal ein bisschen vorweg, um dann halt im Semester zu sagen, okay, wir können immer zurückfallen lassen und uns quasi nur noch ums Drehen der Videos kümmern. Das ist nämlich wesentlich weniger Arbeit. Joa, genau. Damit möchte ich auch schon alles zum Organisatorischen gesagt haben. Wir beschäftigen uns heute mit einem etwas abstrakteren Thema, sage ich mal, nämlich mit Tensorprodukten und wollen aus den Tensorprodukten hinterher einen ganz netten Approximationssatz ziehen und auch eine ganz charmante Aussage, sage ich mal, über separable Räume. Und um das zu tun, müssen wir erstmal ein paar Begrifflichkeiten aufbauen. Und die Begrifflichkeiten, die wir aufbauen am Anfang, das ist eigentlich das Hauptlernziel, wenn man das so möchte, dieses Kapitels. Denn dieses Tensorprodukt als solches wird jetzt nicht sich durch diese Grundlagen ziehen wie sonst was, aber es ist halt nett, das mal gesehen zu haben. Was aber wichtig ist, sind die beiden Begriffe, die am Anfang definiert werden und so ein bisschen die Beweistechnik, die hinterher herauskommt. Und das ist natürlich auch klar. Und das gucken wir uns jetzt stückweise an. Joa, und fangen jetzt an, indem wir zunächst mal definieren, was soll denn meine Abbildung unter gewissen Voraussetzungen der Träger dieser Abbildung sein. Warum ist das denn auf grün? Äh ja, so. Definition 6.1 ist das. Also wir nehmen uns einen metrischen Raum M und dazu einen normierten Raum Y und irgendeine Abbildung F von M nach Y, die absolut keine Voraussetzungen erfüllen muss. Das kann eine unstetige Funktion sein, das kann irgendwas sein. Hauptsache das Ding ist irgendwie eine Abbildung. Und dann definieren wir folgendes. Wir nennen die Menge Subf, Sub für Support. Und das sollen sein alle T in M, sodass F von T an dieser Stelle gerade nicht Null ist. Und davon den topologischen Abschluss gebildet. Dem geben wir auch gleich den Namen 6.1. Diese Menge, die soll jetzt heißen Träger der Funktion F, also Träger von F. Das ist durchaus ein recht wichtiger Begriff, den man hinterher auch nochmal benutzen kann, wenn man dann Funktionen mit kompaktem Träger kennzeichnet. Und dafür werden wir dann im nächsten Kapitel unter anderem die Voraussetzungen legen. So, was können wir damit jetzt machen? Wir können uns quasi Funktionen suchen, die in gewisser Art und Weise einen kleinen Träger haben. Und diese Funktionen so wählen, dass sie aufaddiert 1 werden. Und das werden wir jetzt in der nächsten Definition machen. Wir suchen uns jetzt nämlich eine sogenannte stetige Zerlegung der 1. Und das ist in der Tat ein Begriff, der uns häufiger mal begegnen wird, weil das ist ein wichtiges beweistechnisches Hilfsmittel. Weil es einfach schön bequem ist, damit zu arbeiten. Was machen wir? Wir brauchen einen metrischen Raum M. Zack. Und wir brauchen von diesem metrischen Raum M eine offene Überdeckung. Und die nennen wir einfach UJ. Wobei jedes UJ Kurzform sein soll für die Kugel mit Radius RJ um den Punkt SJ. Und das J von 1 bis N. Joa, das sind im Wesentlichen alle Voraussetzungen. Ich soll nur noch dran schreiben, dass das eine offene Überdeckung sein soll. So, und jetzt werden wir uns ein paar Sachen überlegen. Das heißt, eigentlich ist das keine reine Definition. Sondern wenn man das in so einem Skripten sieht, dann machen wir immer so Sachen wie Definition und Satz, Definition und Lämmer. Das ist eigentlich in der Definition und Lämmer. Allerdings bin ich kein Freund von den zusammengewürfelten Dingern. Deshalb ist das bei mir jetzt nur eine Definition. Aber eigentlich sind da drei Lämmer-Tate drin. Und die wollte ich nicht noch extra rausziehen. Deshalb lest euch das am besten als Definition und Lämmer. Im Skript ist das entsprechend gekennzeichnet. Und die Beweise, die werden wir uns aber hier kurz angucken. Also, wir definieren jetzt Funktionen. Gamma J, die sollen von M, ja, wobei die brauchen wir nicht so genau quantifizieren, die sollen halt irgendeinen Punkt in M bekommen und das Ganze abbilden auf reelle Zahlen. Warum schreibt man es nicht hin? Ich lasse es mal hier vorne vor. Wir gucken, dass ich an der Abbildung noch mal genauer an. Das heißt, wir bilden das T ab auf 0, falls das T außerhalb der entsprechenden Kugel UJ liegt. Das heißt, falls D von SJ, T größer oder gleich RJ ist. Ja, und wir gucken uns an, was macht das sonst. Das macht 1 minus 1 durch den zugehörigen Radius, der Kugel, die dahinter steckt, mal die Distanz von SJ zu dem T, das ich in die Funktion reinstecke. Das mache ich, wenn ich im Inneren des Kreises bin. Ja, und das Ganze, wie gesagt, kriegt halt einen Punkt in M gegeben und was rauskommt, ist eine reelle Zahl. Genauer gesagt ist, dass das rauskommt, irgendwas zwischen 0 und 1, aber es ist nicht wirklich spannend, sich darum zu kümmern. Deswegen schreiben wir einfach mal R hin und gut ist es. Und jetzt kommt quasi die erste kleine Aussage, die ein Lämmer wäre nach den aktuellen Benennungsstrategien in meinem Kopf. Das ist, dass diese Gamma Js alle stetig sind. Ja, und das Ganze ist natürlich definiert für J gleich 1 bis N. Das sollte ich hier oben auch noch draufschreiben. Das heißt, für jedes J, also für jede Kugel dieser endlichen Überdeckung, die da oben drin steckt, haben wir halt eine dieser Funktionen und die soll stetig sein. Und warum ist die stetig? Naja, was ist die erste Bemerkung, die wir dazu quasi brauchen, ist, das rechnet man ziemlich leicht nach, das ist nämlich, dass diese Metrik auf dem Raum selber, die ist stetig. Das brauchen wir jetzt. Und dann nehmen wir uns einfach mal einen T aus dem Rand. Ja, aus dem Rand wovon? Aus dem Rand der zugehörigen Kugel. Also U, R von S, J. Und jetzt nehmen wir uns eine Folge, die gegen das T konvergiert. Also T, N gegen T für N gegen N, T. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was passiert denn, wenn ich jetzt in die Metrik das T, N jage? Na, dann holt natürlich folgendes, ich will betrachten, den Abstand von S, J, Entschuldigung, zu dem T, N. Die Metrik ist stetig, wenn ich jetzt das N gegen Unendlich laufen lasse, geht das gegen D von S, J, T. Ja, wenn ich jetzt aber D von S, J, T habe, dann weiß ich, dass T liegt auf dem Rand der Kugel mit Radius R, J. Das ist also gerade R, J. Für N gegen Unendlich natürlich. Ja, und damit folgt halt, wenn ich mich an den Rand annähere über so eine Folge, ob das jetzt von außen geschieht oder von inneren, ist uns völlig egal. Das gilt nämlich für jede Folge auf dem Rand oder gegen einen Randpunkt. Dann passiert folgendes, ich habe 1 minus 1 durch R, J. D von S, J, T ist gleich 1 minus 1 durch R, J mal R, J. und das ist ersichtlicherweise 0 für alles, was auf dem Rand liegt, also wenn das T hier auf dem Rand ist. Also für T aus U, J. Ich schreibe das jetzt mal hier in der Kurzform hin, weil so dafür soll sie ja eigentlich auch sein, aus dem Rand von U, J. Entschuldigung. So, und daraus folgt dann natürlich sofort die Stetigkeit, weil außerhalb ist es ja 0 und das sind die einzigen problematischen Punkte. Das heißt, daraus folgt, Gamma J ist dann letzten Endes stetig. Das ist also alles, was man tun muss im Wesentlichen, weil der Rest folgt dann hier aus der Fortsetzung durch die 0. Das ist sozusagen die erste Geschichte zu diesen Funktionen Gamma J. Jetzt wollen wir zunächst mal was über den Träger aussagen. Das ist sozusagen die zweite Eigenschaft, die einer kurzen Bedenksekunde bedarf, sag ich mal. Und zwar gilt stets, dass der Träger dieses Gamma J eine Teilmenge ist vom U, J. Das heißt, der Träger liegt immer in der jeweiligen Kugel drin. Und das ist insofern schon klar, als dass es außerhalb dieser Kugel natürlich sofort 0 ist. Dementsprechend muss man sich das jetzt nur noch einmal kurz überlegen. Was steckt da jetzt hinter? Da steckt auch nichts Großes hinter. Da muss man sich halt nur einmal sauber hinschreiben, wann diese Metrik 0 wird. Und zwar D von S, J, T ist ja genau dann gleich 0, wenn das S, J nicht T ist. Das heißt, das ist eigentlich eine triviale Behauptung, aber das macht die Argumentation ein bisschen einfacher. Das heißt, das Gamma J von T, das ist gleich 0, wenn das T schön weit außerhalb der zugehörigen Kreisscheibe liegt. Das heißt, wenn T liegt in U, R, J von S, J Komplement. So. Damit hat man es im Prinzip, weil das heißt nämlich, es ist 0 überall anders. Das heißt, es ist nicht 0 mindestens auf einer Teilmenge da drin. Und das reicht uns ja aus. Wir wollen ja nicht genau quantifizieren, wo das Ding liegt, sondern wir wollen nur ausschließen, dass es irgendwo anders liegt. Joa, genau. Das wäre das. Und was wir jetzt noch nachrechnen wollen, sind im Wesentlichen doch zwei Dinge noch. Ein Sternchen vergessen, aber das dritte Ding, was wir jetzt nachrechnen wollen, das ist relativ selbsterklärend. Wenn wir Gamma von T definieren, als die Summe J gleich 1 bis Soll das jetzt ein M sein, oder soll das jetzt ein N sein? Ein Moment bitte. Ich zähle mal kurz die Literatur zurate. Ich befürchte nämlich, ich habe mich da einfach verschrieben. Ja, egal wie es heißt, aber einheitlich muss es sein. Also, Summe J gleich 1 bis N, also quasi über alle Kugeln drüber summiert und wir summieren punktweise auf die Gamma Js. Joa, wenn wir das haben, dann soll das, oder ist das größer 0 auf M. Also egal, was ich da reinwerfe, es ist immer größer 0. Das ist auch soweit klar, weil es kann nie 0 werden, weil der Punkt liegt ja in irgendeiner Kugel drin, weil das ist ja eine Überdeckung. Das heißt, für irgendeine Kugel ist der Anteil hier oben durchschlagend und der ist nie 0. Das heißt, das brauchen wir uns tatsächlich nicht groß hinschreiben. Das ist nur unnötiger Ballast. Also das ist sozusagen klar. Und das letzte, wo man aber auch noch vielleicht so ein kleines Wörtchen zu verlieren kann, ist das Folgende. Das gilt, wenn wir Alpha setzen als Gamma J von T durch Gamma, also als Gamma J durch Gamma in der Kurzform, dann ist das stetig immer noch. Das verwundert, glaube ich, nicht. Wenn man dann zusätzlich noch fordert, dass 0 kleiner gleich Alpha kleiner gleich 1, äh, nee, Quatsch, dann folgt. 0 kleiner gleich Alpha kleiner gleich 1. Die Trägermenge von dem Alpha Da fehlt ein Index. Das muss Alpha J sein. Also Alpha J ist einfach jetzt das Gamma J, was wir oben definiert haben, geteilt durch diese Summe aller Gamma Js. Ja, dass das eben noch stetig ist, das verwundert nicht. Also das ist auch wieder klar, weil wo soll es unstetig werden, weil wir haben ja halt im Wesentlichen nur endlich viele Dinger. Und das Gamma ist ja nie 0. Das ist immer größer als 0. Das heißt, das ist ein wohldefiniertes Ding. Das ist ja für jedes T eine konstante Zahl. Das heißt, das ist alles sauber. Das muss man sich gleich kurz überlegen. Wir werden aber gleich noch ein bisschen mehr zeigen, wo das dann im Wesentlichen daraus folgert. Der Träger dieses Alpha J liegt natürlich auch noch in der zugehörigen UJ-Menge. Da brauchen wir nichts zu zeigen, weil das ist natürlich klar, weil das hier liegt in UJ. Das ist immer größer als 0. Das heißt, das ist auch wieder gleich 0, wenn wir außerhalb des Dings sind. Vielleicht aber auch noch auf einer etwas kleineren Scheibe. Das ist aber uns wurscht. Auf jeden Fall bleibt der Träger immer noch in dieser jeweiligen Kugel drin liegen. Und viel wichtiger, warum das Ding hinterher Zerlegung der 1 heißen soll. Wenn ich diese Alpha Js jetzt aufsummiere, J gleich 1 bis N, dann kommt 1 raus. So, also wie gesagt, das hier, das ist klar nach 2. So, damit das größer ist als 1, müsste so ein Punkt in allen Umgebungen drin liegen, weil nur dann schlägt der Term hier unten so durch, dass entsprechend das hier unten größer werden kann als das hier oben. Weil, wenn ich so einen fixen Punkt rausnehme, dann ist ja Gamma J von T entweder 0 oder eben kleiner als 1. Damit das hier unten allerdings größer als 1 werden kann, muss so ein Punkt mindestens in, ja, warte mal, in keiner Umgebung drin liegen, weil dann müsste das hier unten nämlich kleiner als 1 werden sozusagen, damit wir hier sowas wie 1 durch 0,5 haben. Und das kriegen wir aber in dem Moment dann nicht mehr hin. Das heißt, das ist auch soweit. Klar, man muss das nur einmal nachrechnen. Und zur letzten Aussage, das kann man einfach nachrechnen. Das ist Summe J gleich 1 bis N Alpha J. Jetzt setzt man für die Alpha J mal ein. Dann nennen wir mal Gamma J durch Gamma. Das von T sparen wir uns, wie gesagt mal. So, das Gamma hängt nicht ab von J. Können wir also vor die Summe ziehen. Dann bleibt hier die Summe über Gamma J stehen. Ja, und das hier war nach Definition gerade Gamma selber. Das heißt, dass was rauskommt, das ist dann tatsächlich 1. Gut. Ja, das wäre dazu halt im Wesentlichen alles gesagt. Und jetzt kommen wir zum Definitionsteil dieser Aussage. Das war im Wesentlichen der Vorschub. Die Alpha J, die wir jetzt da definiert haben, diese Menge Alpha J, J gleich 1, bis N. Das heißt Überdeckung, äh, heißt eine der Überdeckung, das ist ein bisschen sperrig, aber man muss es ja einfach machen, heißt eine der Überdeckung, ja, die Überdeckung war UJ, J gleich 1 bis N von M, das ist der metrische Raum, also der Grundraum, untergeordnete, also das ist ein Begriff, der natürlich ein bisschen vom Oberraum abhängt, stetige, weil die Funktionen stetig sind, machen wir uns die Zerlegung der 1, ja, weil gerade eben hier oben diese Summeneigenschaft geht. Joa, genau. Genau, das war's damit. Ich hänge gerade noch so ein bisschen in einem Null kleiner gleich Alpha kleiner gleich 1, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das alles in Ordnung ist. Sollte es da irgendwelche Probleme geben, die mir im Nachhinein noch auffallen, schneide ich da was rein, beziehungsweise ich schreibe was drunter. Und falls da von eurer Seite berechtigte Einwände kommen, können die natürlich gerne schon mal, an dieser Stelle gesagt, in die Kommentare. So, an dieser Stelle kurz der Einschub. Ich habe ja gesagt, wenn mir das auffällt noch im Nachhinein, dann schneide ich das rein. Das erste, was bei einem Null kleiner gleich Alpha kleiner gleich 1 Quatsch war, war, dass da kein Alpha j steht. Das ist der erste Fehler gewesen, weil wir haben hier vorne nur ein Alpha j definiert und dann brauchen wir hinten auch ein Alpha j. Was tatsächlich klar ist, ist, dass das Ding hier immer größer gleich 0 ist. Denn das hier unten ist größer 0 nach 3. Und das hier oben, das ist ja auch quasi maximal 1 und minimal 0. Das heißt, das hier oben, das geht auch nicht in den negativen Bereich. Das heißt, der Teil ist tatsächlich klar. Was man sich einmal überlegen muss, ist, dass das Ganze kleiner gleich 1 ist. Und das machen wir jetzt eben. Also Alpha j, das ist erstmal nichts anderes, nach Definition, jetzt hier als Gamma j durch das Gamma. Das Gamma, das war nichts anderes als die Summe über diese Gamma n. Jetzt kann ich aus dem Nenner ein Gamma j rausziehen. Dann kürzt sich das. Das heißt, ich habe 1 durch, ja, Gamma 1 durch Gamma j. Plus, irgendwann kürzt sich dann Gamma j mit Gamma j. Das ist dann hier der 1. Ja, und dann kommt halt irgendwann noch Gamma n durch Gamma j dran. So. Ja, und jetzt sehen wir halt im Wesentlichen, was passiert. Hier, die Dinger sind alle größer als 0. Das sagt uns das hier. Größer gleich 0. Das heißt, selbst wenn die alle 0 sind, ist das Maximum quasi 1, was hier rauskommt. Wenn einer davon größer ist, dann ist das kleiner als 1. Und daraus folgt der ganze Kladderadatsch. Das heißt, das ist automatisch kleiner als 1. Und da können wir noch ein Den zuschreiben. Ja, was ist der Grund? Das ist Gamma k durch Gamma j. Das ist natürlich größer gleich 0 für alle k aus 1 bis n. Ja, und damit ist dann diese Lücke geschlossen, die gerade bei mir im Kopf entstanden ist und die wahrscheinlich vielleicht auch bei euch drin ist. Und jetzt geht's weiter mit dem regulären Kurs, also mit dem ganz normalen Video. Jetzt kommt der nächste Teil. Das wäre im Wesentlichen dieser Begriff der stetigen Zerlegung der 1. Der ist recht wichtig. Den werden wir auch und zu mal brauchen. Ja, und dann entsprechend machen wir jetzt einfach weiter mit der nächsten Definition. Bevor wir allerdings mit der nächsten Definition weitermachen, wollte ich dieser Summeneigenschaft hier oben noch die Nummer geben. Das kriegt nämlich die Nummer 6.2. Ja, was ist als nächstes zu tun? Wir wollen uns jetzt noch eine kurze Begrifflichkeit definieren, die einfach das Aufschreiben unglaublich erleichtert. Und zwar, wenn wir eine Menge haben, irgendeine Art, die darf meinetwegen auch leer sein, da passiert nichts, und ein K-Vektorraum E, dann bezeichnet einfach F, also so ein Schwung, kursives F, von M nach E, das ist die Menge aller Abbildungen F von M nach E. ein bisschen doof geschrieben, also das sind alle F, sodass F von M nach E Abbildung. Das erleichtert einfach das Aufschreiben ungemein. Und man sagt einfach, auch statt Abbildung, das ist der Raum aller Funktionen zwischen M und E. Das macht auch nichts kaputt. Jut. Genau. Und jetzt können wir uns das Tensorprodukt definieren. Das ist die Definition 6.4. Wir nehmen uns eine Menge M, das heißt, die braucht keine Struktur tragen, sondern es kann einfach irgendeine beliebig zusammengewürfelte Menge sein. Eben so ein K-Vektorraum E, wobei das K bei uns halt wieder R oder C sein soll. Das schenken wir uns jetzt mal. Wir nehmen uns eine Menge H aus dieser Menge von den Funktionen von M auf E raus und definieren oder nehmen uns noch eine Teilmenge A von E. Und das Tensorprodukt, das wollen wir jetzt definieren zwischen H und A. Das heißt, dann heißt, ich schreibe das hier noch ein bisschen um, die Menge des Tensorprodukts, die schreiben wir jetzt einfach ganz klassisch hin. Wir wollen irgendwie eine Beziehung herstellen zwischen H und A und das Zeichen dafür ist so ein Kringel mit einem Kreuz. Und das ist einfach die Menge sozusagen aller Linearkombinationen K gleich 1 bis N Phi K mal Y K für N aus N Phi K aus der Funktionmenge H und Y K in A. Das liest sich wahrscheinlich so halbwegs ähnlich zum kathesischen Produkt, wenn man so möchte. Weil wenn das kathesische Produkt bilden würde, dann würden wir hier quasi eine Relation basteln, die eben diese beiden Mengen in Beziehung setzt. Hier bilden wir auch noch zusätzlich Summen über diese Dinge auch auf. Also das heißt, wenn man das charakterisieren möchte, ist das also sozusagen die Menge aller Linearkombinationen von Elementen in H, A und Funktionen in H. Das heißt, was rauskommt, ist insbesondere wieder eine Funktion. Das heißt, diese Menge hier ist eine Teilmenge von F, von M nach E. Das ist sozusagen ganz wichtig. und der geben wir halt die Nummer 6.3. Ja, das ist das Tensorprodukt. Das ist also gar nicht so etwas Problematisches. Jetzt wollen wir als erstes mal zeigen, dass gewisse Tensorprodukte ein lichtdimensionales Bild haben. Dazu brauchen wir noch einen kleinen Sprech. und zwar brauchen wir dafür noch Definition 6.5 und zwar für eine Menge M und einen K-Vektorraum E bezeichnen wir oder nennen wir die Funktionen, die von M auf sich selbst gehen, also F von M, das Ganze ins Tensorprodukt mit E geschrieben. Das bezeichnen wir als Raum der E-wertigen Funktionen auf M. Soll das wirklich, soll glaube ich wirklich nur ein F von M sein? Bevor wir uns jetzt in langwierige Sachen verstricken. Es ist nicht F von M auf sich selber, sondern wir wollen, dass F von M, das habe ich oben in der Definition gerade vergessen, das wollen wir folgendermaßen definieren, F von M soll sein F von M auf K. Das ist also so ähnlich wie beim Dualraum, dass wir hier halt nochmal, dass wir hier quasi spezielle Abbildungen reinpacken. In diesem Fall halt einfach alle Abbildungen, die irgendwie nur ein Element aus der Menge nehmen und dem eine reelle oder eine komplexe Zahl suchen. Und dann ist das hier eben so zu lesen, das sind quasi alle Funktionen, die M, also ein Element aus M nehmen, das Ganze auf den Körper schießen und das dann im Tensor-Produkt mit E. Gut. Joa. Also als Raum der E-wertigen Funktionen, das ist quasi das, was wir hinterher in der Bezeichnung daraus extrahieren wollen. Und damit können wir dann jetzt dann doch mal ein erstes Resultat erzielen, was ich nämlich gerade gesagt habe. Wir werden jetzt nämlich zeigen, dass Elemente, die hier drin liegen, endlich dimensionales Bild haben. Und das fassen wir jetzt mal als Lemmer auf. Und zwar Dim, also Dimension des Bildes von F, also R von F ist kleiner und endlich für alle F aus dieser Menge F von M ins Tensor-Produkt mit E geknallt. Wobei natürlich F, M und E noch das gleiche sind wie in der Definition davor. Das heißt, das M ist eine Menge und das E ist immer noch ein K-Vektor. Das K ist eben der zugrunde liegende Körper. In unserem Fall also entweder die reellen Zahlen oder die komplexen Zahlen. Und das wollen wir jetzt kurz beweisen. Ja, man kann sich jetzt zunächst mal dieses F von M Tensor-Produkt mit E einmal genau aufschreiben. Das wollen wir einmal tun, dann hat man nämlich auch noch mal die Definition ein bisschen wiederholt. Und zwar haben wir da eben diese Phi Ks, Y Ks drin und das N ist immer noch aus N. Das Phi K kommt jetzt natürlich aus dem F von M und das Y K das kommt aus E selbst, ist aber insbesondere natürlich irgendwo immer noch ein Skalar, wenn man das so möchte. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man es auffasst. Also das ist natürlich ein Vektor, der da drin liegt, aber wenn ich jetzt eine Funktion habe, kommt da eine Funktion Skalar raus, den kann ich in die einzelnen Komponenten reinziehen und kriege ich wieder einen Vektor raus. Also so ist das zu lesen. Aber man kann natürlich Vektoren auch als Punkte in einem Raum auffassen und dann kann man so gewissermaßen die philosophische Einsicht vertreten, das sollen dann Skalare in dem Raum sein. Lassen wir das aber einfach mal sein. Es ist aber nicht ganz so schlimm, wie man das tun würde. So, jetzt wollen wir ja im Wesentlichen zwei Sachen zeigen, nämlich wenn wir so eine Funktion hier draus haben, dann wollen wir da rausziehen, dass eben das entsprechend ein endlich dimensionales Bild haben. Das ist die Aussage, die hier hinter steckt. Entschuldigung. Und das machen wir jetzt auch mal. Also wir nehmen uns eine Funktion in f von m tensor e. Die nennen wir jetzt einfach mal klassischerweise f. Na, Quatsch. Ja, ne. Ja, doch. Der Beweis läuft ein bisschen anders, als ich das gerade im Kopf hatte. Man sollte die Sachen vorher lesen, bevor man sie aufnimmt, aber ich hoffe, das stört nicht weiter. Also wir nehmen uns f in der Menge der Funktionen, die m abbilden auf den Vektorraum. Und zwar soll das Ganze folgendermaßen laufen. Das soll nämlich gelten, dass das Bild von f, äh, von m unter f eine Teilmenge ist von v. Und was soll v sein? V soll irgendein Unterraum sein. Also für ein Unterraum v von e. Und dieser Unterraum soll endlich dimensionales Bild haben. Das kriegt man leicht konstruiert. Das ist kein Problem. So, jetzt haben wir v so gebastelt, dass das endlich dimensionales Bild haben. Das heißt, wir können von v ganz einfach eine Basis fixieren. Ja, und die nennen wir einfach v1 bis vn. Wir nehmen also quasi einfach an, dass die Dimension von v gleich n ist. Und n ist irgendeine natürliche Zahl kleiner als unendlich. Aber was genau, ist uns eigentlich wurscht. f von v. Dann gilt, dann können wir schreiben, dieses f von t, das war ja im so im Tensorprodukt, also in der Menge von f, aller Abbildungen von m auf den Vektorraum selber. Dann kann ich das f von t schreiben als Summe, k gleich 1 bis n, Alpha k von t mal vk. Die vk sind, wie gesagt, die Basisvektoren. Wir wissen ja, wenn wir eine Basis haben, sind das eindeutige Darstellungen und die Alpha k sind skalare Funktionen. Also eigentlich sind das einfach nur skalare, aber wenn ich dann t hinterklatsche und sage, es sind skalare Funktionen, sind es einfach Funktionen, die aber insbesondere eben in f von m liegen. Und das heißt, wir haben hier eine Darstellung gefunden. Das hier liegt in f von m. Das hier liegt in e, weil das ist ja halt im Wesentlichen in v, v ist ein Unterraum, also insbesondere liegt jeder Vektor, der in v liegt in e. Ja, und das heißt, das hier ist eine Darstellung, so wie wir das hier oben haben. Und die Summe davor hat genau die gleiche Aufbauweise. Also das heißt, wenn wir so eine Funktion aus f von m e nehmen, dann kriegen wir daraus sofort, das heißt sofort mit ein bisschen Vorleistung, dass eben dieses f drin liegt in f von m und das Ganze getensort e. Und jetzt müssen wir, um den Beweis quasi zu schließen, nur noch Folgendes anmerken. Wenn ich jetzt so ein Bild einer Funktion in f von m habe, also r von f für f in f von m, das ist immer enthalten in der linearen Hülle, also im Spann. Ja, von was? Von irgendwelchen Funktionen y1 bis yn. Das heißt, wir kriegen folgendes raus, wobei diese y1, yn, n, das bezieht sich natürlich hier oben auf die Darstellung, das heißt, es sind skalare Funktionen sozusagen. Das heißt, wir kriegen raus, dass dieses f, was wir hier bewählt haben, das liegt im Spann von y1 bis yn. So, und damit haben wir alles natürlich zusammen, das heißt, wir haben einmal gezeigt, wenn wir ein f haben, das von m auf e abbildet, dann liegt das natürlich sofort in diesem f von m retensort e. Das heißt, wir sagen es mal so, wenn unser f endliches Bild hat, dann liegt es in dieser Menge drin und wenn es in dieser Menge drin liegt, dann kann ich es in die lineare Hülle schreiben und hat also endlich dimensionales Bild, weil das spannt natürlich einen endlich dimensionalen Unterraum auf. Das heißt, was wir eigentlich gezeigt haben, ist, dass das sogar äquivalent ist. Das ist schon eine ganz interessante Aussage und das rechtfertigt natürlich auch so ein bisschen die Betrachtungsweise auf dieses Tensor-Produkt, denn das Tensor-Produkt charakterisiert damit in gewisser Weise endliche Bildräume. Denn wenn ich einen endlichen Bildraum habe, dann sagt mir das ja einfach nur, wir haben irgendwie eine Funktion genommen, die scheinbar in einem Tensor-Produkt drin liegt. So, damit ist der Beweis sozusagen durch. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, oder ich bitte an dieser Stelle um Entschuldigung für etwaige Ungenauigkeiten an diesem Video, weil es ist ein bisschen schlecht vorbereitet, weil es ist lange her, dass ich es gemacht habe, deswegen, ich hätte es mir vorher nochmal durchlesen sollen. Ich merke mir das für folgende Folgen und hoffe, das dann mal besser machen zu können. Es dürfte allerdings auch nichts wieder gravierend falsch gewesen sein, was ich sehr, sehr hoffe. Sollte das dennoch der Fall gewesen sein, dann schreibt mir das in die Kommentare und anhand dieses Monologs könnt ihr euch sehr wahrscheinlich denken, das ist die erste Folge gewesen. Das heißt, wir machen auch hier wieder zwei Teile draus. Ich denke, das ist der Übersichtlichkeit ganz hilfreich, aber ich sage mal so, ich lade hier über einer halben Stunde Versatz hoch. Das heißt, wer jetzt sofort weitergucken will, kann das auch sofort tun. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder und bis dahin. Tschüss.